Sie ist weg? Sag mir nicht, dass sie verstorben ist. Ich reiß hier alles auseinander. Wo ist Duniazad? D-Duniazad hat bereits geschehen? Keine Weise. Sind wir zu leid? Die echte Duniazads consciousness hat tatsächlich geschehen. Sie kann nicht mehr die konstante Träume erzielen. Nein, das kann ja zweierlei heißen. Im Koma kann man nicht träumen. Ist sie also im Koma oder ist sie wirklich tot? Either way, immer einen Schritt zu spät. Koma kann man nicht glauben. Wait, so was ist das andere Duniazad? Was ist sie? Ist sie auch zu spät? Sie ist eigentlich etwas wie ein Puppet, aber nicht komplett. Eine billige Kopie. Die Puppets sind stark. Und sie können nicht die lebenden Persönlichkeit verfolgen. Nach allem, sie sind nur ihre Fülle. Wir wissen, sprichend davon, die alte Duniazad vielleicht nicht zu anders als ein Puppet. Duniazad glaubte wirklich, dass sie dich in ihrer Bewusstheit kennengelernt hat. Und es ist sie, die sie inspiriert hat. Also, du sie sie auch anstattest? Ja. Ihr bedeutet das sehr viel. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Series Festival with so many regrets. Scheiße. Ah, da ist die Ungewissheit zerschnittert worden. Können wir bitte die ganze Akademie einreißen. Das ist Grund und Boden stampfen. Und vor allem den großen Sage, den... den wäre ich jetzt wirklich. Also, ich rede nicht nur von der Ohrfeige. Ich... Ich bin nicht mich selbst auf. Alles, was ich getan habe, war, die Distanz zwischen mich und einem realen Archon. Ich frage mich, ob es einfach nur eine... oder ob... ob es eine mentale... äh... Blockade, eine mentale Blockade ist, die sie davon abhält, zum richtigen... zum richtigen Archon von Sumeru zu werden. Sie muss doch sehen, dass ihre... aus... zaghaftigkeit und Ungewissheit... selbst... Unsicherheit... stammende... Passivität zu... unfassbarem... Unrecht und Leid führt. Also... im Prinzip müsste sie... da... über ihren Schatten springen... und... sagen... Fuck it, ich bin jetzt hier da. Und ich... sie ist ja seit 500 Jahren schon... in dieser... Klausur... und... existiert... de facto nicht. Weil sie sich nicht zutraut, oder wie? Du bist nicht so, Nahida. Auch reale Archons sind immer noch... traurig zu sein. Dad? Um mehr Tragedien zu verhindern... müssen wir die Samsara so schnell wie möglich enden. Great! But... How do we do that? Although the Sub-Zero's Festival dream is under the Akashas control... only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Ein... Eine einzige Person? Ich dachte das wäre ein Konstrukt quasi von all den Leuten. Also es ist nicht ein gemeinsamer... Traum in dem Sinne, dass er von... allen... geträumt wird, sondern... es gibt einen Traum in den die anderen reingezwingt werden. Huh? So... Wie sollen wir diese Person finden? Wie sollen wir diese Person finden? Well... Wenn das jemandem Traum ist... dann muss alles hier von tief in ihrer Bewusstsein kommen. Das bedeutet... mit der Kraft der Imagination... können sie alles in diesem Traum ändern. Imagination? Was bedeutet das? I-m-mechan! Imagination means breaking through what you perceive is as normal... Like when the server or the tavern brings the plate to you... You naturally assume that food is on it! However, if you're the dream's host, and you become aware that you're dreaming... When you imagine gold and mora on the plate... The dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. Wir fragen jetzt schon, was wir tun sollen, nachdem wir den Besitzer davon haben, aber ich würde mich jetzt mal fragen, wie wir den finden. Ich finde es schön, dass dieses Sinnbild im Englischen genauso funktioniert wie im Deutschen. Und je länger wir scheitern, desto mehr Menschen wie Duniazad scheiden dahin und alle anderen werden ja auch in Mitleidenschaft gezogen. Ich meine, sie könnte endlich mal ihre Administratorrechte nutzen, ja, aber was genau hat sie jetzt vor? Ja, das hat jetzt echt so ein bisschen die, sehr die Stimmung verdorben. Ja, save Duniazad ist, was uns das ganze Zeit lang gehalten hat. Weil ich bin nicht als Held für die Geschichte geeignet, aber ich würde jetzt als Motivation setzen, sie zu rächen. Das ist ja ein Gedanke, den ich auch schon hatte, aber Traveller denkt anders. Für ein Wissen wäre es leichter, Bewusstsein zu lernen, umgekehrt zu für ein Unwissen schwer zu erkennen, dass er ein Traum ist. Okay, das ist ja ein sehr gutes Argument. Huh, das ist wahr. Plus, die Säge sind wahrscheinlich nicht auf ihren anderen Faktoren, außer ihrer Kontrolle. Wie Nahida und wir. Also, wer ist der Host des Traums? Echt? Echt? Ach komm, das kann doch nicht immer die netteste sympathische Person sein, die... Warum ist denn der Butler einmal der Börder? Das ist doch kacke. Fairest, die Night of Flowers, ist ein simpel des gesamten Zeru-Festivales, nicht wahr? Ein ziemlich core Charakter. Lass uns ihn ein paar Fragen fragen, ob wir? Kasper. Der Butler hat das gemacht. Ich kann sie jaußen. Ja, ich schätze, es ist so eine Schlussfolgerung. Die anderen waren alle viel zu... am Fäst. Ist alles okay? Alles ist okay, nur... Ähm... Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Ähm... Wolltest du, uns mit uns teilnehmen? Ein Experiment? Das kam aus keinem. Ich höre, aber... Was musst du mir tun? Könntest du... ein Wunsch machen? Du willst mir einen Wunsch machen? Ist das eine neue Sub-Zeru-Festival-Tradition oder was? Ja, genau. Mehr Fragen! Mehr Wunsch! Okay. Okay. Mein Wunsch. Mein Wunsch. Okay. Ich bin ein bisschen nervös, dass ich das laut sagen würde, aber... ich will Miss Dunjurzad glücklich sein. Komm on, Spiel! Spiel doch nicht so mit unseren Gefühlen, ey. Oh. Das, äh... Das ist physisch unmöglich. Das ist auch von ihr. Ach, come on! So... Du hast einen crush auf Dunjurzad? Oh, nein! Oh, ist das so obviös? Hmm, nach dem, was ich gerade gesagt habe, ich... Ich glaube, es ist. Äh... Die Übersetzung war ein bisschen sehr untertrieben. Crush bedeutet, äh... Verknallt. Ja... Die Akademie hat dir deine, äh... Liebe geklaut. Oder den Kindern ihre... Bewunderung. Ahhhh... Alter... Als sie das Hatt der Nacht der Blumen in meine Kopf hat, hat sie mir gesagt, ich will, dass alle ein frohes Sub-Zeru-Festival haben. Was sie nicht wusste, war, dass... Ich bin nicht so interessiert, wie alle anderen fühlen. In diesem Moment... Ich wollte nur ihre Nacht der Blumen für den Rest meiner Leben sein. 50 Jahre... 100 Jahre... Ich werde sie bis zum Ende des Tages servieren. Ahhhh... Sie mögen es echt, diesen wunden Punkt noch weiter reinzureimen, ne? Mit so viel Fokus, der auf die unfassbare Tragödie hergelegt. Was das hier ist, ist ein... Einziges Verbrechen. Mit so viel... Emphasis, die hierauf gelegt wird. Gibt's hoffentlich... Ne Menge... Konsequenzen. Ich bin gerne... Ausführer. Ausführender Arm. Okay... Ja... Das war ein bisschen viel. Es fühlte sich als der richtige Moment, um es aus meinem Kopf zu holen, aber... Das war ziemlich schrecklich. Okay... Ich bin bereit, meinen Wunsch zu machen. Ich würde mich, Miss Duniazad zu sehen, vor mir zu sehen, mit einem Schmerz auf ihrem Gesicht. Hier geht's. Ich hoffe, er scheint ein lebendiger Kerl zu sein. Ich glaube, der kann sich das vorstellen. Ich werde meine Augen öffnen. Oh... Oh... Du bist... Was? Farki? Entschuldigung, aber... Nur eine Portion von Vjelda Kandys pro Person. Ich hoffe, du gehst. Schön, ihr zwei. Insofern, egal. Ich muss nicht, dass ich sie hier vor mir sehen muss. So lange, dass sie glücklich ist. Ich schätze, sie ist glücklicher, als sie... ... von vornherein hätte sein können. Na... Sie ist ja nicht an ihr Bett gefesselt gewesen, in ihr Zimmer eingesperrt, sondern... ... konnte zumindest ein bisschen von der Welt draußen sehen. Zumindest von Sumeru. Aber das ist noch lange nicht so glücklich, wie sie es verdient hätte... ... zu sein. Oh... Ich glaube, er ist nicht der Host dieses Träume nachher. Ich sollte erwartet, dass es nicht so leicht wäre. Oh, es ist doch nicht der Butler. Es scheint, dass alle, die weißen, Dinyar'zad, sie liebt. Aber niemand von ihnen hat die Idee, dass sie... Meine Frau, steck zurück. Die... Die... Ich hätte kurz gedacht, dass sie's vielleicht, aber... ... das hab ich wieder schnell verworfen. Die Gedanken. Aber den... Also sie hat ja gerade zu ihrer Lady gesprochen, also zu ihrer Herren. Was ist denn? Was für... ... überwähren wir uns in... ... das... ... äh... ... Gemächtel hier? Ich kümmere mich diesmal um die Typen. Hey, das ist mein Job. Die Homie Yannis payt mich, nicht du. Lass den Quatsch. Lass den Quatsch. Lass den Quatsch. Lass den Quatsch. Ah, wir haben sie ja schon ein paar Mal jetzt... So, du hast dir selbst ein paar Backup. Hm. Höh. Höh. Ich mein, sie wurde ja schon ein paar Mal von uns herangeführt daran, dass es, äh... ... ja, hier ein paar komische Dinge geschehen, ne? Sie kann ja eigentlich nicht die Träumerin sein. Ja, wir können schon mal ein bisschen Furz ablassen. Na, das kommt ja gerade rechts. Ah. Vielleicht. Du und Nahida beide. Dunyazad wollen nicht, dass du so zwei so wie das sehen willst. Oh, und zu sprechen von ihr, habe ich gerade etwas erinnern. Erinnerst du, wie vor dem ersten Sub-Zeroes-Festival, bevor die Samsara begann, kamen wir hier mit Dunyazad, weil sie etwas erinnern wollte? Sie sagte, es war, weil sie etwas erinnern hat. Stimmt. Okay, also Paimans Erinnerung funktioniert so weit. Insofern, Paimon erinnert auch, dass sie irgendwo hier draußen bleibt. Sie zeigte es uns die Nacht bevor das Sub-Zeroes-Festival. Ja, selbst wenn es nur eine kleine Beispiele ist, wird es wahrscheinlich noch mehr helfen, als diese Niedel-in-a-Hastack-Search. Das ist der Ort. Es ist wunderschön, in anderen Menschen's Späten ohne Verzweißung zu kommen, aber ... 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 Das war nur ein temporärer Residenz, also es war quasi nichts drin, außer dieses Buch auf der Tafel. Können wir es öffnen? Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herren Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Fests die Einwohner eines Sumeru befragte. Auch wenn ich viele, viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die überhaupt etwas über die niedere Herren Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gandalfa war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde und alle meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herren Kusanali sein musste. Das hört sich ziemlich glaubwürdig an. Es muss wohl sehr lange dauern, bis sich eine verschutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat sich die Niederherrin Kusanali tatsächlich bei Gandalfa aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer viel zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen. Aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass die Niederherrin Kusanali war, die sich um sich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, dass Sabserus Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Ihre Erfahrung ähnelt in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Die Niederherrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, das glaubte ich, die Niederherrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einen Baum. Und ja, es muss wohl die Niederherrin Kusanali gewesen sein, die auf mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht so aufschlussreich, das muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Überlieferung in Sumeru mit Tunisards Anmerkungen am Rand. Sie wurde dicht über vielen Seiten aufgezeichnet. Also ihr Vermächtnis ist, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um uns bei unserer Reise, unserer Suche zu helfen. Fuck me! Wow! Dunyerzad schrieb das alles. Es ist so, dass sie uns immer über uns gedacht hat, auch wenn wir weg waren. Auch wenn sie auch beschäftigt war, um uns für das Sub-Zeru-Festival zu vorbereiten. Und hatte all unsere Gesundheitsprobleme zu beschäftigen. Sie hätte das wohl für uns als ein Geschenk, am Tag des Sub-Zeru-Festival zu geben, oder? Und konnte es uns nie persönlich überreichen. Dunyerzad. Hey! Where are you off to now? Sprich mit Dunyerzad. Also, was wird die Puppe noch in der Lage sein, hm? Was soll sich hier echt nicht zu sehr an die Nebencharaktere binden? Ich habe das Gefühl, die sterben immer auf irgendeine grausame Weise. Erst Tepey und jetzt Dunyerzad. Was soll das? Warum können wir hier niemanden retten? Es ist Dunyerzad's Puppet. Okay. Probieren wir es. Danke. Für alles. Ich habe hier. Ich habe hier einen Ball. dass wir heute ein paar Jahre alt sind. Auch die letzte Mal, der letzte Mal, wir haben hier glücklich gemacht, mit Dunyerzad, fühlt sich jetzt ein Jahrzehnt. Oh Come on Ah Ich halte das sichtbar aus Ich kann mich kaum noch daran erinnern Es werden immer Frustrationen in der Welt sein, aber ich weiß, dass das Ziel des Lebens ist nicht, dass es keine Erinnerungen lassen wird Das war was die echte Dünurzade sagte, nicht wahr? Was bedeutet das? Was ist ihre Abschlussworte? Keine Bedauern, no regrets Was? Wohin gehen wir diese Zeit? Er ist Abzeros Tanz ansehen Ist Nelu die Träumerin? Ja Ja Ja